Ein Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Kleinwagen hat drei Türen und bietet zwei Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, elektrische Fensterheber, Startstopp-Automatik, ABS, ESP und vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Benziners überträgt eine Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017